Hallo, mein Name ist Antje Penck. Ich bin Schriftstellerin im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, aber auch in Wittenberg, weil eigentlich stamm ich aus Wittenberg, aber momentan lebe ich in Kemenberg im Landkreis Wittenberg. Ich schreibe schon ziemlich lange Texte und Geschichten und heute möchte ich Ihnen mein Buch vorstellen. Es ist ein Krimi, das ist ein authentischer Kriminalfall, der in Wörle zur Stadt gefunden hat im Jahr 1884 und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit vom Frauenzentrum in Wolfen bekommen habe, eine kleine Online-Lösung für Sie zu machen, Corona-konform. Ja, dann schauen wir einfach mal in das Buch rein. So sieht mein Büchlein aus, heißt, wer Tabakhändler und vielleicht bekommen Sie ja Lust, da mal das Selbert lesen zu möchten. 25.10.1884, 7 Uhr. In Richtung Riesig färbte sich der Horizont orange. Die Villa des Tabakhändlers hob sich hell von den umgebenden Feldern ab. Kolonialstil Hill oder Herr, alles nur Protzerei, trachte Polizeidiener Johannes Abendrot. Es war sieben Uhr morgens und er auf dem Weg zu einem Tatort. Etwa 500 Meter vor sich sah er als schwarzen Schattenriss einen Mann, der in die gleiche Richtung vor ihm herlief. Als die Sonne einmal kurz hinter einem Haus verschwand, hatte er klare Sicht auf die Gestalt vor ihm. Der Preis, dachte der Polizeidiener und verzog missmuttig das Gesicht. Aber der Mann war so weit vor ihm, dass er ihn nicht einholen würde. Und wie ist es denn nun passiert, wollte die alte Fese gerade von Minnerstange wissen. Missmutig sah Abendrot auf die kleine Frau hinunter, die, ganz in schwarz gekleidet, neben ihm hertrippelte. Schwarz war ihre Berufskleidung, denn sie war die ortsansässige Leichenfrau. Wirst du früh genug erfahren, alte Krähe, dachte der Polizeidiener Abendrot. Wieder sah der junge Mann auf die kleine Frau hinunter, die mit stechendem Blick und leicht gesenktem Kopf tatsächlich etwas von einer Krähe hatte. Er konnte nicht verstehen, wie es jemand fertigbrachte, mit dem Waschen und Herrichten von Toten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er wurde erschlagen, hat mir die Kunze vorhin gesagt, hakte die Krähe nach und nickte der hinter ihr laufenden Wirtsfrau zu. Die nickte eifrig. Von der Scheunentür erschlagen, wenn ich es doch sage, was für ein tragischer Unfall, nicht, Frau Stange? Statt einer Antwort bekam sie einen tiefen Schluchzer. Minnerstange schniefte laut vernehmbar in ein Taschentuch. Abendrot schluchzte und schniefte auch, aber nur in Gedanken. Welcher Teufel hatte ihn geritten, mit all dem Weibervolk nach dem Tatort zu sehen? Er hätte sie doch vorausschicken können mit dem Hinweis, alles so zu lassen, wie sie es vorfanden, versteht sich. Aber er kannte auch die Klatschweiber von Wörlitz. Vor seinem inneren Auge sah er eine von ihnen einen Hut aufheben, das Scheunentor verschieben, mit den Füßen alle Fußspuren zertrampeln. Nein, da lief er lieber mit ihnen und behielt sie im Auge. Und ganz nass war er, setzte die Wirtsfrau fort. Polizeidiener Abendrot spitzte die Ohren. Nass? fragte er. Es hatte doch gar nicht geregnet. Ja, so nass, als wäre er geradewegs aus dem See gekommen. Abendrot machte sich innerlich eine Notiz. Wollte er vielleicht Wasser für die Schweine holen und auf dem Weg dorthin ist es passiert, spekulierte die alte Krähe. Ihre Spekulationen waren verrufen, weil sie ganz von allein zur reinen weißen Wahrheit wurden, von der sich die Bewohner der kleinen Stadt Wörlitz in keinster Weise abbringen ließen. Überhaupt war die Leichenfrau die beste Quelle für Klatsch und Tratsch jedweder Art. Beruflich bedingt hatte sie meistens pathologische Fakten parat, aber das waren die, welche man mit Vorliebe wissen wollte. Als die kleine Gruppe auf Höhe des Friedhofes kam, löste sich eine Gestalt aus der Morgendämmerung. Guten Morgen, Herr Polizeidino, guten Morgen, die Herrschaften. Den Bass kannte Abendrot. Eine Stimme, die aus einem Fass zu kommen schien. Und genau so sah der Landarbeiter auch aus. Morgen, Karl, erwiderte er. Kommen Sie wegen dem Herrn Stange, wollte der Landarbeiter wissen. Hinter Abendrot wimmerte Minna kurz auf. Ist ja auch kein leichter Gang mit der Polizei ins eigene Haus, um die Leiche des Ehemanns zu begutachten, dachte der Polizist. Laut sagte er, Todesfälle machen bekanntermaßen schnell die Runde. Aber dass sie über Nacht bis zu euch nach Riesig rüberkommen, das ist neu. Das Fass gesellte sich zu ihnen. Nee, Herr Polizeidiener, ich war doch erst dann dabei. Bei dem Unfall mit dem Scheunentor? Nur die Anwesenheit der Witwe verhinderte, dass der Landarbeiter grinste. Wir haben der Frau Stange geholfen, ihren Mann ins Haus zu schaffen. Bevor der Polizeidiener fragen konnte, wen er mit Bier meinte, brummte der andere. Meine Frau hatte ganz schön zu bockeln, aber vor einer Kartoffelernte ist sie noch gut in der Übung. So ein 20 Kilo Sack ist auch schon nicht ohne. Wo habt ihr ihn denn hingetragen? Na in der Wohnstube im unteren Stock. Der Landarbeiter beugte sich zu Abendrot und mit vorgehaltener Hand, aber wegen seines Basses noch laut genug für die ganze Gruppe fügte er hinzu. Mann, die das Pompressionös da drin. Alles edel, jut und teuer. Minners zufriedener Gesichtsausdruck entging dem Polizeidiener nicht. Mit der Leiche fangen wir an, legte Abendrot fest. Gemeinsam betrat die Gruppe das Wohnzimmer der Familie Stange. Der Tote lag, wie man ihn gestern hereingetragen hatte, ordentlich abgelegt, aber noch in keiner Weise zurechtgemacht, auf dem Boden. Die alte Krähe trippelte zum nahegelegenen Sofa. Geschäftigt packte sie ihre Tasche aus. Kann mir mal jemand frisches Wasser machen, forderte sie. Handwarm bitte, fügte sie hinzu. Ich sagte Hedwig Bescheid. Es waren die ersten Worte der Witwe an diesem Morgen. Um den Toten herum hatte sich ein dunkler Fleck gebildet. Der war wohl wirklich nass. Wie wenn er aus dem See gekommen wäre, bestätigte die Wirtsfrau Kunze eifrig. Kurz besah sich Johannes den toten Tabakhändler. Die Finger sahen unnatürlich verrenkt aus. Auf dem Kopf hatte er eine klaffende Wunde. Aber es war eine lange, gerade Schnittwunde. Das rotblonde, dünne Haar war blutverklebt. Auch am Ohr sah der Polizeidiener eine große Verletzung. Ein Scheuntor war das aber nicht, dachte er. Wieder sah er auf den Toten. Der Tabakhändler Christian Stange war ausgefährtlich angezogen. Wollte er weg? fragte abendrot die Witwe, die gerade mit dem Dienstmädchen eintrat. Sofort hatte Minna wieder das Taschentuch vor der Nase. Er wollte mich doch abholen, aber der ist nie angekommen stattdessen. Tränen quollen aus ihren rehbraunen Augen und sie drehte sich sehr kokett um, damit man den lauten Schnieper wenigstens nicht mit ansah. Noch einmal ging der Polizeidiener um den Toten herum. Geht der nicht mit Stock und Hut aus? Hat jemand den Stock gefunden? Minna schaute erstaunt die Wirtsfrau an. Diese sah zum Landarbeiter. Der hob die schweren Schultern. Dann schüttelten alle drei die Köpfe. Der Polizeidiener Abendrot bückte sich und befühlte die Westentasche. Die Uhr fehlt auch. Minnas Rehaugen wurden noch größer als sie so schon waren. Nee, eigentlich ging er immer vollständig angezogen aus. Der war doch ein Weltmann. Abendrot wusste, dass der Tabakhändler in Übersee gelebt hatte. Aber vielleicht hat er sie vergessen. Er war in letzter Zeit etwas zu streut. Die Krähe steckte ihre spitze Nase zwischen den Polizeidienern und Minna. Der Tote muss auf den Tisch, sonst kann ich nicht richtig arbeiten, krechste sie. Bin schließlich keine 20 mehr und von der ganzen Bückerei kriege ich noch einen Buckel. Abendrot sah auf die kleine schwarze Frau herab. Sie hatte die Hände wie Flügel auf dem Rücken gefaltet und stand vorn übergebeugt über dem Toten. Mit dem Kopftuch, dessen Dreiecksspitze auf dem Rücken lag und dem langgezogenen Hals, der in der schnabelartigen Nase auslief, machte sie den Eindruck, als würde die Krähe gleich anfangen, die Leiche anzupicken. Vor dieser Leichenflatterin musste der Polizeidiener den Tabakhändler dringend bewahren. Na, nur die Herren? Sie sah schräg nach oben zu ihm auf, als fühle sie sich in ihrem Geschäft gestört von seinem Blick. Ich habe nicht den ganzen Dach Zeit, würden die beiden Herren so nett sein, den Toten auf den Tisch zu heben. Es war keine Frage, es war ein Befehl. Wer auch immer auf dich wartet, hat Zeit, dachte Abendrot. Aber er sagte es nicht. Stattdessen sagte er, nichts da. Der Tote wird nicht angefasst. Er bleibt, wo er ist und vor allem bleibt er, wie er ist. Erschrocken sah die Witwe ihn an. Die Augen der Leichenfrau wurden schmal. Und wie soll ich ihn dann zurecht machen? Hier wird nichts zurecht gemacht. Der Tote geht ins Gericht. Da sollen sich zuerst die Fachleute ansehen. Aber Herr Abendrot, wandte die Wirtsfrau ein. Was soll das denn? Minna presste sich erschrocken das Taschentuch vor den Mund. Was sind für Fachleute, flüsterte sie dahinter hervor. Der Polizeidiener richtete sich zu voller Größe auf. Das war nicht eben viel. Nur 1,69 Meter. Aber gerade wegen dieser 1,69 Meter musste er sich aufrichten, denn sonst, so war er sich sicher, nahm ihn in seiner Amtswürde niemand ernst. Zumal er noch recht wungen war. Ich weiß nicht, was hier letzte Nacht passiert ist. Aber ein Scheunentor hat deinen Mann nicht erschlagen, Minna. Wenn das ein Unfall war, dann muss die ganze Scheune hinterher gekippt sein. Frau Faeser, Sie lassen den Toten, wie er ist. Alle kommen jetzt mit. Ich schaue mir mal an, wo der Tote gefunden wurde. Vielen Dank. Vielen Dank.